Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Sky Factory 2, natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir wollen gleich weitermachen. Ja, also das System hat ja alles dann hier reingeballert. Ich habe dann mal die Treasure-Dinger hier, haben wir schon wieder welche drin, rausgenommen und habe die auch unten reingeschmissen. Dummerweise werden die nicht direkt in die Kiste reingepackt, das heißt, die flogen dann da unten rum, waren ein bisschen nervig. Habe es halt nicht mit einem probiert, sondern gleich mit allen gemacht. War nicht so gut. Aber gut, da die, ja, die stacken hier drin erstmal und dann mal gucken. Ich habe das dann so gemacht, ich stand dann daneben, habe ja die Sachen in mein Inventar bekommen und dann gleich reingekloppt. Damit sind dann hier auch einige dieser, dieser hier Aqua Affinity und sowas Sachen im ME-System gelandet. Und die müssten wir dann eigentlich mal entmagnetisieren, äh, entmagisieren. Mal gucken, wir haben hier noch Golden Horse Armor und sowas. Habe ich mich jetzt nicht allzu sehr drum gekümmert. Ich habe aber mal so eine größere Menge von den ganzen Iron Sachen und sowas halt hier rausgenommen und eingeschmolzen. Also, das, das habe ich mal mir gegönnt. So, ähm, oder euch gegönnt, dass ich es nicht in der Folge mache. Ein bisschen was ist noch in den Kisten drin, das habe ich jetzt vergessen. Das müsste ich mal außerhalb der Folge vielleicht mal beseitigen. Weswegen hatte ich das Ding dabei? Achso, ich hatte überlegt, äh, hier, ähm, dann noch einen mit ranzuhängen einfach. Aber tatsächlich ist der Punkt, dass, äh, wenn ich davon ausgehe, dass der im Moment, ja, also nichts bekommt. Ähm, der gibt ja hier nur 640 raus. Das heißt, er bekommt von hier gar nicht erst 640. Denn sonst würde er sich ja füllen. Jetzt füllt er sich auch leicht. Aber ich habe hier oben auch mal ein bisschen was nachgelegt, ne? Also, ähm, dementsprechend sollte das eigentlich gehen. Gut, jetzt läuft hier unten das Ding so, sagt er, mit. Oh, das hat sich jetzt auch vollgesogen. Dann ist hier der hier, der sich auch noch mit dran vollzieht. Also, ich lasse es jetzt erstmal so. Wir werden wahrscheinlich eher oben noch mehr Strom setzen müssen. Ich glaube tatsächlich gar nicht so sehr, dass wir mit all diesen Dingern hier, auch wenn es eine ganze Menge sind, tatsächlich die 1000 schon über, drüber sind. Also, dementsprechend, ja, was soll's. So, dann werde ich mal mein Inventar leeren, weil dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Neta. So, wir haben noch Needle Gun, Schrapnel Ammo. Wir haben die Oakwood Slabs, die brauchen wir nicht. Ach so, den Kabel habe ich gerade reingeschmissen, aber das war vielleicht gar nicht so clever. Da sollte ich mir ein bisschen was mitnehmen. Ehrlich gesagt, da nehme ich mir mal ein bisschen mehr mit, damit ich unten mir wieder irgendwelche Notfall-Sachen zusammenbasteln kann. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. So. Was habe ich, habe ich noch irgendwas gemacht? Oh, Major, gerade geworden, oder? Habe ich rüber gewechselt, das kann natürlich auch sein. Cool. So. Ach ja, das hier habe ich auch noch gemacht. Ähm, ich habe, äh, nochmal, fünf Ender Seeds hatten wir aus den, aus den ganzen Säckchen bekommen hier. Und, äh, die habe ich dann da unten benutzt. Und wir haben schon wieder zwölf Stück. Wahrscheinlich aus den, aus den Treasure-Dingern hier. Aus, aus diesen hier, diesen, diesen Loot, hier diesen Rare Treasures, beziehungsweise den Kamm-Treasures oder so, hatten wir die wahrscheinlich bekommen. Ähm, sonst wüsste ich nicht, woher die auf einmal sind. Na gut, jetzt, äh, die Sachen nehme ich auf jeden Fall so mit. Das passt, ich bin so weit voll. Wie voll ist der? Okay, er ist nicht, nicht wirklich voll. Wartet mal, ich mache den Marisch voll noch. Damit wir da wirklich voll hingehen. Das Ding Marisch voll, das Ding voll, das Ding voll. Den wieder hier hin, das da oben hin. Und die Boots an die Füße. Super. Jetzt sind wir bereit. Jetzt geht's in den Neter. Ja, äh, achso, die Siegel haben wir bekommen. Die haben wir jetzt im ME-System. Aber, ja, da ich, ähm, ja, ich brauche sowohl Siegel als auch mindestens jetzt halt die drei Köpfe. Später brauche ich nochmal vier. Also ich würde sagen, je nachdem, wie lange das hier dauert, behalte ich euch beim Köpfe sammeln nicht die... Was? Hä? Was war das denn? Cyre, Knight, Epic, was? Was war das denn? Äh? Komm schon, ich kann doch jetzt nicht irgendwie... Nicht mehr in den Neter kommen, weil da irgendein Vieh steht, was mich sofort wegboxt. Das geht doch nicht. Also, entschuldigt, wenn das jetzt nochmal passiert, dann gehe ich da, ähm, ähm... Dann gehe ich da im, ähm, sag schon, im... Im Game, höherem Game-Mode rüber und, äh... Boah, jetzt ist das Backpack langsam. Dann gehe ich da im höheren Game-Mode rüber, also im... Creators, sozusagen, und boxe das Ding erstmal von der, von der Plattform, ganz ehrlich. Das geht ja gar nicht. Was auch immer das war. Ah, ich hab die Idee, was es gewesen sein könnte. Ich hab, äh... Hier nochmal Fackeln verteilt, weil hier Sachen gesponsert sind. Und da war so ein, so ein Spielercharakter, der stand hier. Und der war auf einmal weg. Der ist wahrscheinlich durchs Tor irgendwie durchgelaufen. Ich wollte den eigentlich abknallen, mit der Nied... Ja, genau. Gut. Ja, äh, äh, das ist richtig mies. Also, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich schon ein Bug. Ähm, gut. Äh, in dem Fall, tut es mir leid, da schummel ich jetzt. Game-Mode 1. So. Da gehe ich jetzt mal rasch in einen anderen Game-Mode, in den Neta. So. Und dann kicke ich den von der Plattform. Also, ganz ehrlich. Das... Boah, ich bin einfach reingelaufen. Ja, habt ihr gesehen? Da steht so ein Steve-Charakter. So ein, so ein... Das sind diese, das sind diese Spielercharaktere, die hier spawnen können. Da... So wie, so wie Zombies halt normalerweise können hier irgendwelche Spielercharaktere spawnen. Ja, hier sind meine beiden. So. Cyanet Epic. Hau ab. Okay. Ähm. T-Game-Mode 0. Okay. Ich hoffe, die sind jetzt hier nicht buggy irgendwie. Okay. Habe ich alles? Habe ich nochmal alles? Eventuell auf der anderen Seite gucken. Die könnten jetzt durchgefallen sein, Teile. Hm. Das ist... Also, das ist ja mal ein Start in die Folge. Super. Aber das Krasse ist, ne? Also, ganz ehrlich. Das ist... Ich habe in der Zwischenzeit den Computer sogar ausgehabt, ne? Ach, da sind die Sachen. Okay. So, ich habe den... Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das gerade eben erst passiert ist. Mit diesem Cyanid-Typen, ne? Dass der hier rumgelaufen ist. Das war... Das war in der... Ich habe nach der Aufnahme, die gestern kam, ausgemacht. Ach, ich habe einen Kopf von mir selber. Also, den darf ich gerne wegschmeißen. Da habe ich kein Problem mit. So. Ähm. Moment. So. Ähm. Ich bring mal rasch das Jetpack weg. Ehrlich gesagt, das werde ich mal einfach da in den... Mit reinpacken. Das ist der Einzige, der zwangsmäßig immer voll ist. Und der ist so schön mittig. Das macht vielleicht mehr Sinn, die Sachen da reinzupacken. So. Oh. Ja gut, äh, auf ein Neues. Ja, aber das ist krass, ne? Also, der... Im Endeffekt, ich hatte das Spiel komplett aus. Habe den PC sogar ausgehabt. Und trotzdem hat er sich gemerkt, dass auf der anderen Seite dieser NSC steht. Ähm. Weil die spawnen ja da eigentlich nicht im Neter. Die spawnen ja eigentlich hier in der anderen Welt. Und nicht im Neter. Ganz schön krass, ehrlich gesagt. So. Ähm. Also, ich werde die jetzt hier nicht alle beseitigen. Aber ich will hier zumindest nicht runterfallen. Von daher... Obwohl das ja eigentlich auch egal ist. Gott. Steht mir doch nicht im Weg rum. Ist ja unfassbar. So. So, zack. Zack. So, gucken wir mal. Uh. Wo kommst du denn her? Hä? Ach ja, wir haben ja jetzt eine Brückenverbindung. Hm. Ich muss jetzt auch noch aufpassen sein mit diesem Irrlichter. Ah, gut. Erwischt. Weil... Ich darf ja da drüben keine Zombie-Pigman treffen. Sonst drehen ja meine Zombie-Pigman hier durch. So, hier sind erst mal keine. Und ein paar Skelette. So, das schießen wir mal runter. Da ist eins runtergeworfen worden. Das finde ich sehr gut. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Skelette in der Nähe, die auf mich schießen könnten? Sieht gerade nicht so aus. Komm ich an dich schon ran. Ja, sehr gut. Stirb. Critical. Sehr gut. So, ich packe lieber die dahin, damit ich weiß, wie viele Schüsse ich noch habe. Ah, okay. Du kannst mich nicht bauen von da aus. Ach man, der ist runtergefallen. Ärgerlich. So. Okay, da kommt ihr. Okay. Ja, okay. Der macht doch so ein bisschen... Och man, nervt mich nicht. So, jetzt aber. Was? Okay. Einfach fliegen. So, voila. Bleib doch bitte da oben. Spinne. Geh drauf. Okay. Einen Kopf bekommen? Skeletor. Einen Skull. Aber kein Wizard. Mensch. Kein Glück gehabt. So, jetzt erstmal wieder voll essen. Damit wir wieder heilen. So, ich geh wieder hier hin. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die mega interessante Variante vielleicht, wie ich das mache. Sekunde, ich guck mal kurz. Ich weiß was, ja. Aber, äh, ich muss es ja irgendwie packen. Also, und da ich sonst noch keine Idee habe, kommt Kohle von denen? Ja, kannst du mal da runterkommen? Ich will dich da nicht runter. Ah ja. Sehr gut, danke. Runterkommen da, runterkommen, runter... Ja. Okay, so. Rest Shard, na toll. Was ist das? Ähm, Imp. Okay. Will mit mir nichts zu tun haben. Dann lasse ich ihn auch in Ruhe. Okay, da hat er mich irgendwie vergiftet oder sowas. Wo kommen wir jetzt auch gerade unangenehmen Schaden? Äh, ist da... Was ist das? Okay, ein Skelett. Moment. So. Und der da ist ein Wizard-Skelett, oder? Ist der da die ganze Zeit gewesen und ist da fixiert, weil er in der Wolke drinsteht? Oh Mann. Necrotic Bone, das ist schön. Ein echt mieses Steinschwert, äh, Eisenschwert. Und, ja. Ist ein bisschen nervig, dass die so schnell hinter einem spawnen können, muss ich zugeben. So. Ja, komm her. Genau. Zack. Weg. So, also das Schwert hat schon Beheading. Das heißt, ein Cleaver würde mir nicht mehr bringen. Das bedeutet, ehrlich gesagt, ähm... Da unsere Drop-Schranks anscheinend nicht so geil ist, werden wir uns hier einfach eine Weile durchschnetzeln müssen. Wer schießt da? Du von da hinten? Sieht so aus. Ach, du da. Mach' nen Abflug. Jo. Perfekt. Zack. Neun... Ah. Das Skelett wieder. Ja, komm da runter. Dankeschön. Kein Kopf, oder? So, au. So. Was? Oh, wie viel Leben hab' ich noch? Ah, alles gut, alles gut. Okay. Jetpack-Fuel ist auch noch gut. Gut. So. Was auch immer diese Dinger sind. Was ist das hier? Ah. Hab' ich... Vergessen. Anscheinend. So. Okay, Glück gehabt. Ich dachte jetzt eben gerade echt, ich treffe jetzt gerade den Zombie-Pigman. Aber da hier niemand... Au! Agro geworden ist. Ist wohl alles gut gegangen. Zack. Wow! 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 So. Okay. Irgendwie sieht das bei mir ganz anders aus, als wenn ich... Aller Let's Playern dabei zugucke, wie sie durch den Neter gehen. Die raschen hier durch und sind irgendwie dabei untötbar. Und ich denke mir so, Alter, ich überlebe gerade so. Das ist voll furchtbar. Bin ich so schlecht? Oder haben die dann schon so krasse Rüstung, wenn die das machen? Ein Blaze-Head. Das ist toll. Ja? Da schieße ich, ja? Mit der Waffe, die nicht Beheading hat, schieße ich den ab und da bekomme ich den Head. Aber wenn ich hier mit dem Schwert die Wurserskelette platt mache, dann nicht. Super. Da drüben, das sieht noch nach einem Wurserskelett aus, dass das steht, oder? So, mal gucken. Erstmal den da wegmachen. So. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding ist ja super, ist ein Wurserskelett. Komm her. Diese Needle Gun, die ist ja mal mega geil. Also die ist ja so gut. Das war einer. Ja, unser erster Wurserskeleton Head. Voll geil. Super. So. Zack. Weg. Zack. Okay, der ist auch weg. Das da hinten ist ein Zombie-Pigman. Ich könnte höchstens gucken, ob ich mir diesen Blaze-Stab mal hole. Wie heißen die Dinger eigentlich? Äh, Blaze Rod. Da ich davon noch nicht sehr viele habe, ist das vielleicht eine gute Idee, wenn ich mir die dann doch mitnehme, wenn ich sie sehe. Whoa, whoa, whoa. Okay. So, aber tatsächlich steht mir jetzt echt gut da. Also ich glaube, der Unterschied, dass wir jetzt halt nicht mehr einfach nur einen, äh, sag schon, einen, 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 einen Jetpack, sondern jetzt halt dieses Armor-Jetpack und das auch noch die etwas stärkere Variante haben, ist, glaube ich, echt gut gewesen. Ja, okay, komm. Mach einen Abflug. So. Was haben wir hier oben? Oh, ein Blaze-Spawner. Äh, dafür bin ich jetzt noch nicht vorbereitet. Da müsste ich eine Dolly mitnehmen. Wow, Alter. Ist ja gut. Ich mag den jetzt nämlich nicht zerstören. Denn dafür gibt es einen Auftrag. Das Quest-System in 1.7.10 ist zwar noch nicht so cool wie in den späteren Versionen, wie ich gesehen habe, aber es ist trotzdem ganz... Alter. Hä? Rennst du jetzt von mir weg? Alter, die spawnen alle wieder. Ähm, zack, zack. Huh. Okay, dann kämpfe ich mich mal nach hinten wieder durch. Ich werde dann gar nicht so weit, weit nach vorne laufen, weil... Das macht ja auch gar keinen Sinn, so mega weit nach vorne zu laufen, wenn ich... Wenn ich so schnell nachspawn, dass ich sie einfach dann wieder hier platt machen kann. Und wenn ich zu weit nach hinten reingehe, also gut, den Play-Spawner, wenn ich solche Sachen holen will, dann muss ich natürlich wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter rein. Ah, oh, oh, ich bin schon wieder vergiftet. Oh Mann. Ja, au. Au. Das Blöde ist, man erkennt dann auch gar... Oh, ich habe nur noch vier Herzen. Ich wollte gerade sagen, man erkennt dann gar nicht mehr, wie viele Mann Herzen man tatsächlich hat. So. Man regeneriert hier relativ langsam, oder? Ist das nicht normalerweise schneller? Okay. Andererseits, wir haben so krasse Waffen. Eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, für uns tatsächlich getroffen zu werden. Ich müsste einfach nur mal aufpassen. Runterkommen da? Ja. Immer noch keinen weiteren Head. So. Also es kann dann sehr gut... Oh Mann, ich habe den runtergeschmissen. Ich habe den Weezer... Nein, 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 nein. Alter. Dass die mit das Gefährlichste hier sind. Diese blöden Feuer... Äh... Bats. Ja, das ist ja... Das ist überhaupt nicht lustig. So, was ist das? Okay, also das eine ist eine Blaze, das sehe ich. Aber was ist das andere? Okay. Das ist ein guter Skelett, okay. Uh! Okay, ich bin aufgelevelt mit meinem Schwert. Plus ein Smite, okay. Ich gucke dann gleich mal nach, was Smite macht. So, zack. Erstmal erledigt. Das normale Skelett, das darf mal weg. Okay. So. Alter. Jetzt sehe ich wieder die Lebenspunkte nicht. Oh, wie ich das hasse. Entschuldigt, ich bin leise. Ich muss zugeben, bei Kämpfen bin ich mega leise. Also, es ist mir gar nicht so aufgefallen, zum Beispiel bei Borderlands, zusammen mit dem Heretic. Da war ich doch nicht so leise, oder? Da haben wir doch viel mehr gequatscht. Aber gut, da waren wir auch zu zweit. Wir haben uns halt mehr unterhalten. Hier habe ich jetzt niemanden, mit dem ich mich unterhalte, beziehungsweise taktisch eventuell sogar austauschen muss. Okay, ich gebe es zu, Taktik bei uns und äh... Borderlands, das war... Ich renne rein. Ich bin tot. Das war unser kommunikativer Austausch zum großen Teil, muss ich zugeben. Alles andere zu behaupten, wäre eine mehr als infame Lüge. Nein, nein! Uah, okay. Flucht, 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 Flucht. Ich habe anscheinend keine Munition mehr. Oh, das ist ja unangenehm, dass mir das dann so auf diese blöde Art und Weise angeblendet wird. Hätte es allerdings wissen können. Hm. Hm, super, wenn ich jetzt die spinne... Das ist mir ganz lieb so. Okay, gut. Das könnt ihr so machen. Prima. Hä, ist das nur zwei breit? Ist das nicht auf der anderen Seite drei breit? Ich hoffe, jetzt ist hier nicht irgendwie irgendein blödes Vieh auf der anderen Seite. Was mich jetzt erwartet, das wäre echt... Blöd. Äh, anscheinend nur ein Wolf. Den ich aus Irgendwo nicht erwischen kann. Ha. Uh, ich habe echt wenig Lebenspunkte. Moment. Erstmal was essen. So. Zack. So, okay. Erstmal wieder regenerieren. Ja, also, ähm... So richtig gut bin ich damit noch nicht. Ich müsste wahrscheinlich die Rüstung deutlich aufbessern. Vielleicht sogar noch eine... Was war das? Achso, das muss hier irgendwie rausgebackt sein aus dem Turm raus. Kann ich ja mal hier... So. Reinschmeißen. Wir haben einen Wizard-Head. Oh mein Gott. Einen. Wir hatten gerade echt... Also ein bisschen Ausflug haben wir ja doch gemacht. Und trotzdem nur einen Wizard-Head. Und wir brauchen mindestens drei Stück. Ach du Schande. Ähm... Die anderen Sachen schmeiße ich immer rein. So, zack, 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 zack. Der Lupe... Oh, Stone... Stone Swords. Das sind wirklich Stone Swords. Oh mein Gott. Rip Bone. Sulfur. Weitere Blaze Heads. Necrotic Bone. Das, das, das. Ähm... Ja, kommt rein erst mal. So, ein Needle Gun. Dann... Wirklich mal hier. Wir haben hier... Keine... Munition mehr. Sehr gut. Dann dürfte die jetzt keine Fehlersteckungen mehr geben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm... Ja, will ich dann jetzt welche mit Pfeilen machen oder lieber welche? Ganz ehrlich, wir haben so viel von dem... Achso, ich habe hier natürlich auch unten den Boden ein bisschen ausgebaut, weil ich hier noch ein bisschen gebaut habe. Wir haben so viel von dem, dem Schrapnell, also von dem Flint, ganz ehrlich. Da machen wir doch echte Flint-Munition. Wir haben auch noch... Ne, hier nicht, aber da drüben. Eine ganze Menge von dem... Okay. Habe ich das beim Bauen gemacht und echt übersehen? Schräg. Na gut. Und hier Gunpowder. So ein bisschen was. Ach, du Schande, ist das viel. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was davon. Bisschen was habe ich davon auch schon in die... ins ME-System geschmissen. Ähm... Da würde ich jetzt aber sagen, äh... Eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich mache mir ein bisschen Munition. Und ich denke mal... Ja, wir gehen gleich nochmal in Nether, sobald ich Munition habe. Ich will zumindest diese drei Nether-Köpfe, äh, Wither-Köpfe mit euch zusammenkriegen. Also das wäre doch mein Anspruch, dass wir das zusammen machen. Wenigstens einmal, äh, das zusammen gemacht haben. Wenn ich dann noch die weiteren vier brauche, damit ich mir Nether-Köpfe sozusagen farmen kann. Ähm... Das würde ich dann sagen, das mache ich, äh, dann offline ohne euch. Aber, ja, ich finde schon, dass es, dass es anspruchsvoll genug ist. Und ich mich doof genug anstelle, dass, äh, man nicht voraussetzen kann, dass ich unbedingt, äh, Erfolg habe. Aber dementsprechend wäre das schon, denke ich mal, sinnvoll. Na dann, ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute und, äh, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!